Wir werden heute extremes Ranked Hide and Seek machen auf der neuen Season 5 Map. Jeder Rang ist heute vertreten, egal ob Bronze oder Anvil. Und alle werden sich random auf der Map verstecken. Wir haben zwei Minuten Zeit, um euch zu verstecken. Let's go! Ich bin Fufu und ich bin Märtyrer-Rang. Das ist der höchste Rang, den kennt ihr noch gar nicht. Ich bin Simala, ich bin Silber! Freunde, ich bin Florio und ich bin Gold. Ich bin Stan und ich muss irgendeinen Rang nennen. Gehen wir mal auf Platin oder Diamante. Ich habe keine Ahnung, warum ich das sagen soll. Hallo, ich bin Timmits und ich bin Diamond 3. Yeah! Ich bin Fix und ich bin Elite-Rang. Und ich bin immer noch sauer auf Maxi, dass ich nur Elite eingestuft wurde. Ja, ich bin Pien und ich bin, äh, äh, was bin ich eigentlich? Ich bin Champion. Ich bin Kato und ich bin Unreal. Und ich muss einfach jeden von denen bis zum Ende fangen. Und die Person, die es schafft bis zum Ende zu überleben, kriegt von mir... Digga, hier landen zwei bei mir. Landen einfach zwei bei mir. Die Person, die am Ende noch überliegt, kriegt 100 Euro. Ich versuche so viele Impuls-Granaten wie möglich zu bekommen. Maxi wird mich niemals erwischen, Leute. Ich sag's, wie ist das? Wir brauchen auf jeden Fall direkt ein Movement-Item. Ich muss abhauen, weil ich bin absolut shit im Bauen. Oh, ein bisschen nervös bin ich auch. Ich glaube, wir müssen ganz viele Mad Kids mitnehmen. Okay, wir landen nicht hier. Ich war hier zwar noch nie, aber egal. So, ein paar Mobility-Items. Nehme ich mal gerne mit. Wir suchen in den Bären Zuflucht auf Angstbasis. Wahrscheinlich muss ich sagen hier, ich bin Stan wegen seinem Intro zu finden. Wir kommen zu... Oh, die Bären sind auch gut. Oh, in die Luft mit den Bären. Oh, das ist alles so cool. Ich hol mir auch Sturm-Vorhersage. Bro. Okay, das sind nur die Bots. Ist das erlaubt? Ja, oder? Ich hätte ein bisschen mehr bei den Regeln aufpassen sollen. Ich weiß auch nicht, wohin ich soll. Wir haben Impulsis. Let's go. Maxi wird mich niemals finden. So wie damals in den Real-Life-Hide-In-Ziefs. Okay, ich würde sagen, wir können anfangen zu suchen, Leute. Let's go. Ich bin in der Mitte der Karte irgendwie. Ich bin bereit. Jeden, den ich sehe, werde ich so geschitten, Alter. Oh mein Gott, ich hatte eine Idee hier. Sammel genug Gold. Und dann kaufe ich mir Prop deinem Boss. Das ist der Plan. Habe ich hier nirgends von Auto? Doch da hinten. Boah, ja, ja, das ist gut, das ist gut. Habe ich Schild und links gleichzeitig. So, Boss ist down. Bego, lass ich mir schmecken. Und ab im Tresor, da gibt es schmackhaften Loot. Ich bin ja absolut stacked mit Items. Mit den Items sollte eigentlich nichts schief laufen, oder? Das wird gar nicht so einfach, auf der ganzen Map die Leute zu finden. Oh, warte mal, ich sehe hier actually jemand. Warte mal. Es hat jemand Medaillon genommen? Hä? Geil, wir haben die ersten Impulsnates. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, dass die Person Medaillon nimmt. Das ist gar nicht so smart eigentlich. Da hat mich jemand wirklich auf seine Spur gelockt. Warte, wo? Da ist das Medaillon. Wir gehen zu Rackless. Wir gehen da hin. Wir holen das Medaillon. Ah, ah. Au. Wenn das jetzt einer der guten Spieler ist, sei es zum Beispiel Kato oder so, dann wäre es halt actually super dumm von ihm, dass er das nimmt, ne? Ist voll dumm, das lockt mich genau zu ihm. Oh mein Gott, da ist ein Auto. Hä? Warte mal. Unter der Brücke. Ich müsste die Münze da lassen. Warte mal. Hä? Ist es weg? Hä? Ich weiß nicht, ob das Maxi war. Da war auf jeden Fall ein Auto. Ey, da ist jemand. Ja, alle leben noch. Ist jetzt noch keiner gestorben. Heißt, Maxi hat noch niemanden gefunden. Oh oh. Ich bin mit dem Team. Ich glaube, das ist ein Wursch. Oh, wer ist denn das? Ah, da ist er doch. Da ist mit dem Auto unterwegs. Auto ist auch nicht so dumm. Oh mein Gott, bitte nicht. Warte mal. Hier war doch gerade noch der Kreis da vorne. Der ist jetzt einfach verschwunden. Ich bin so verwirrt, ne? Oh, und die Person hat das hier liegen gelassen. Nein, wie frech. Da ist jemand. Da ist Maxi. Oh mein Gott, nein. Irgendwer hat das Medaillon kurz aufgesammelt, damit ich hinkomme. Und dann ist er weggegangen. Was ein Arsch. Was macht der hier? Ist bestimmt wegen der Münze gekommen. Junge, natürlich. Wieso war ich so ein Vollidiot und habe die Münze eingesteckt? Hier ist das Medaillon. Okay, irgendwer hat es genommen und direkt weggeworfen. Jetzt laufe ich damit ein bisschen rum. Ist das frech? Oh, Digga, mein Auto ist einfach stark. Digga, Mann! Sein Auto steckt fest. So ein Trottel. Ich hänge hier fest. Schaut ihn euch an. Hä? Digga, ich hoffe, niemand sieht mich gerade, wie ich hier struggle. Ist das kacke? Voll peinlich, Mann. So ein Idiot. Soll ich ihm einen Platten schießen? Warte, da hat gerade jemand auf mich geschossen. Er hat auf jeden Fall gehört, dass ich geschossen habe. Schieß nochmal, Pussy. Schau dich. Digga, hier ist irgendwo einer gewesen. Er macht einen Loser-Dance. Das ist bestimmt fix. Niemand, der so frech ist wie er. Das muss er sein. Okay, er kommt nicht. Er fährt weiter. Ich ziehe durch, Leute. Warte mal, kann ich den nicht hier töten und dann weiß ich, wo die nächste Zone ist? Oh, das ist smart, oder? Das ist nicht schlimm. Wir tanken ein bisschen Zone. Wird wieder schön das Movement-Item haben. Darf ich mir einen Bot ziehen? Das stand nicht in den Regeln. Oh, der nervt mich dann. Das ist dumm. Ich hoffe, Maxi holt sich nicht diesen Bot, wo man so durch die Wände durchgucken kann. Der riecht schon okay. Jetzt ist alles durchdacht hier. Ich habe einen Plan. Boah, ist das schwer. Es ist so unglaublich schwer. Es sind noch so viele Büsche. Nein, nicht im Busch. Okay, aber egal. Alles gut. Die Zone wird kleiner. Ich werde die Leute finden. Okay, boah, das ist ultra smart, oder? Wenn ich immer weiß, wo die nächste Zone ist. Mein Hirn ist zu groß, Leute. Ich glaube, sie lebt nicht mehr. Das wäre jetzt unlucky. Okay. Fazal, sie ist gestorben. Okay, ich habe super, super viele Schilde. Das ist sehr gut. Wir bleiben einfach hier im Busch. Ich glaube, hier ist gut. Aber ich glaube, so schnell wird er nicht nochmal herkommen, oder? Nein, er kommt. Jo, 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 steps, steps, steps. Nein, er kommt. Komm her. Guck mal, wie er baut. Oh mein Gott. Komm schon. Komm schon. Nein. Mein guter Herr, Herr Fix. Ist er drin? Nein. Ich will nicht als erstes sterben. Ich glaube, wir sind hier in einem kleinen Problem, ne? Okay. Scheiß drauf. Nein, er hat einen Puls, Nils. Komm, 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 komm. Nein, 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 nein. Verfolgungsjagd ist mir egal. Mein Auto ist schneller. Er fährt mir hinterher. No way. Lass mich in Ruhe, Max, die Pizze. Pizze nicht, nein. Was ist los, Fix, hä? Wo willst du hin? Ja, was jetzt, hä? Du kleines Dreckschwein. Alter, ich hasse ihn. Nein. Das ist nicht dein Ernst. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Wie mache ich das jetzt am besten? Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Ich muss hinterher wussten. Ich brauche alles. Ich habe ihn gesehen. Oh mein Gott. Da ist jemand, da ist Fufu. Ich bin Zuschauer. Schöne ist fix, versucht es wenigstens. Oh mein Gott, mein Herz. Das ist eine krasse Verfolgungsjagd. Ich kann nicht mehr. Der ist hier irgendwo. Bitte verschwinde einfach, Maxi. Der ist safe weiter abgehauen, oder? Oh Mann. Oh mein Gott, Freunde. Das ist mir legit entkommen. Ich habe keinen Plan, wo ich suchen soll. Das war aber knapp. Ihr müsst zugeben, das war gerade sehr knapp. Weißt du was, Felix? Den Punkt gebe ich dir ausnahmsweise mal. Ich suche die anderen erst mal. Ich gehe jetzt in Bereiche, wo ich noch nicht war. Scheiße, Alter. Ich laufe ziemlich offen. Ich bin dumm. Ich werfe mir der Jung mal weg. Damit keiner weiß, von wo ich komme. Meine Position ist jetzt wieder verworgen. Oh. Da hat jemand die Münze fallen lassen. Okay, okay, okay. Ich glaube, er hat selber gemerkt, dass man da durch ihn sieht, oder? Okay, Schockwäscher nehmen wir mit. Oh, Double Movement. Sehr geil. Nice. Jetzt haben wir alles voll. Das ist so gut. Da unten ist Fufu. Ich gehe zu Fufu hin. Oh, ich hole mir nicht. Ich habe Fufu gewonnen. Komm, das kriegt extra Punkte, oder? Okay, warte mal. Ich sehe hier hinten, dass jemand hochgebaut hat. Da hinten hatte jemand hochgebaut. Mit Couns und so. Das heißt, es ist wahrscheinlich kein Silber- oder Bonzi-Spieler gewesen. Das war wahrscheinlich jemand, der gut ist. Kann ich eigentlich unendlich schwimmen? Ich glaube, ich müsste es fast herausfinden für die Wissenschaft. Soll man auch langsam und langsam schlafen? He, he, boy. Da ist ein Auto. Irgendwer fliegt hier. Moin. Hallihallo. Pien. Pienchen. Ah, ich muss weg. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Mein Bester. Ich habe auch Weiche. Das kann es doch nicht sein. Wo ist er hin? Es kann nicht sein, dass wir alle entkommen immer. Nein, nein, nein. Das kann nicht sein. Der steht nicht außerhalb der Zone, oder? Das macht er nicht. Nein, nein. Der stirbt dann. Ich muss in den Busch. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Irgendwie doch einfach normal spielen. Gibt es nicht. Wie die mir alle immer entkommen, Alter. Ich bin wie so ein kleines Kind, Junge. Richtig aufgeregt. Habe ich immer gehört. Ich habe kein Movement Item. Ich habe zu wenig Metz. Ich habe richtige Kack-Ausgangslage gerade. Ich glaube, Maxi ist in der Nähe. Das ist so nervig, wenn die entkommen. Wer kommt denn da an Geräusche? Sieht ihr das? Okay, wir gehen Richtung Blutinsel. Ist das das Fix wieder? Let's go! Du kannst nichts fixen. Woohoo! Nein! Ich hasse ihn, Bro! So eine Kacke, Alter. Er ist so ein Camper-Schwein. Natürlich bin ich wieder der Erste, der rausgeflogen ist. Freunde, Bütze! Schreibt Rest in Peace Fix in die Kommentare. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn ich wieder mitspiele. Irgendwann. Oh, Fix wurde gefunden. Oh, Fix ist raus. Er hat Fix eliminiert. Let's go! Ich bin besser als Fix. Fix ist der Erste, der geholt wurde. Was? Du Schwein! Weg mit dir! Nein, bei der großen Zone hat er echt Fix gefunden. Boah, ist das Dogshit. Digga, ich scheiße auf den Jude. Die Erste Person haben wir gefunden. Elite ist damit raus. Let's go! Nein, der ärgert sich jetzt so sehr. Der ärgert sich so sehr. Oh nein, der Arme. Oh, wir haben viele Ideen. Wir können wegkommen. Aber wir haben nicht so viel Movement. Wir haben nur zwei Impulses und sechs Jump Pets. Digga, was geht mit meiner Kamera? Eigentlich sollte ich nicht sichtbar sein. Ich habe nicht so den perfekten Skin für hier oben. Und mein Kopf ist noch so kugelrund. Weiß ich nicht. Erste Person ist raus. Und die Zone wird immer kleiner. Sehr geil. Das ist immer zu Spaß. Und Leute, by the way, falls ihr mich supporten wollt, könnt ihr es gerne machen. Ihr müsst nur bei Supporter Crater Mexi feiern geben, so wie es da gerade steht. Und es ist nach 14 Tagen in euren. Hashtag Epic Partner. An der Stelle. Kuss an jeden Supporter, wirklich. Hallo? Mexi, bist du hier? Füge gegnerischen Spiele an Schaden zu. Ja. Imagine ich mache einen Quickscope. One shot a Mexi. Eigentlich gefällt es mir hier oben. Oh, ich höre ein Auto. Wir gehen einfach in diese Mülltonne hier. Also wenn er mich hier sieht, never. Die Insel ist außerhalb der Zone. Aber ich habe hier noch einen Rift. Mit dem Rift kann man immer sehr gut sehen, ob hier jemand in der Nähe ist. Ich gehöre zur Szenerie. Das gibt es nicht. Ich sehe echt niemanden. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass in diesem Bereich welche sind. Vielleicht ist sogar jemand auf dem Zug. Ich sehe ein Auto. Oh mein Gott. Ist das Mexi? Ah, aber wer ist das? Wer ist das? Wer ist das, hä? Das ist Mexi. Ich lasse dich nicht entkommen, Fräulein. Du kriegst mich nie, Mexi. Das ist Peen. Peen wurde gefunden. Okay, Mexi ist da Peen her anscheinend. Peen auf. Oh, oh, der Arme. Das ist wieder Peen, Alter. Ich kann es nicht mehr. Der fällt außerhalb der Zone lang. Oh mein Gott. Ich habe keinen Mad-Kill. Ich muss aufpassen. Ich darf nicht sterben. Oh mein Gott. Mach ich das jetzt noch mit dem Prop? Nein, wo ist der Land gefahren? Ey, ich kann nicht mehr. Die Zone wird immer kleiner, Alter. Ich packe es nicht. Die müssen ja gleich in die Zone reinkommen. Dann wird es immer schwerer für die. Leute, wir liegen hier auf der Lauer. Auf der Suche nach Dinos. Bisher sieht es noch gut aus. Wir könnten versuchen, durch die Zone dann hierher zu kommen irgendwie. Es wird dieses Bauernhaus auch noch werden. Ich sage es euch. Okay, ich gehe mal hier zum Berg hoch und nehme das Jumphead. Ich glaube, mit Jumphead komme ich gut voran. Da fliegt sogar jemand. Seht ihr diesen Fliegding da? Irgendwer hat hier oben gechillt. Da oben fliegt jemand. Wir fliegen hinterher. Wir versuchen, Auge zu halten auf ihn. Ist das Jumphead in der Zone? Nee. Da hinten ist er. Wer ist das mit dem Gleiter? Ist das Kato? Los rüber. Okay, das muss auch eines der Spieler sein, oder? Ja, das ist Fufu. Das war Fufu. Hallo, Fufu. Perfekt. Wer ist das? Wer fliegt da hinten zum Wasser? Wir finden es gleich heraus. Das ist Bean. Alle Bean. Oh, oh. Gleiter. Das ist Maxi. Ah, Hallöchen. Wer ist denn das? Wir bauen. Wer baut denn da so fleißig, hä? Aha. Wer ist das? Ah! Alter, wir bauten da so viel. Das kann kein Bot sein. Wer will mich? Lass Tim mit. Digga, Scheringhände. Das ist Kato, oder? Das ist Kato. Er kriegt mich nicht. Er kriegt mich nicht. Ah! Warum ist er bei mir? Oh, er hat unsichtbar. Das ist unfair. Hier ist jemand der Busch. Hallo, ich bin nett. War das Maxi? Hat er uns gesehen? Wir sind nett. Ich bin nett. Ach, die Decke. Ich bin Maxi. Ich bin so schlecht, Alter. Die brauchen aber auch so viel. Wir hätten, glaube ich, ohne Bau machen müssen, Alter. Ich darf meinen Pulsgranaten nicht so verschwenden. Da wird gebaut. Oh, da ist Maxi. Da wird voll viel gebaut. Okay, hier ist der Bau. Oh mein Gott. Das ist so gut, dass das steckt. Oh mein Gott. Bin ich hier reingekommen? Das gibt's nicht. Pekka. Wo will er hin? Den Out of Zone Impulsen am Ende. Und dann die Runde gewinnen. Ich muss Metz fahren jetzt. Warte, wir dürfen uns wehren? Ich dachte, ich darf mich so verstecken. Komm schon, Pi. Mach nicht so viel jetzt hier. Kann nicht mehr. Hey. Was geht? Was meinst du? Ich hab keine Ahnung. Die Zone wird kleiner. Oh mein Gott. Simons. Es tut mir so leid. Er kann sich ganz schnell. Er hat schon snipen. Nein. Okay, das war ein Meldzy. Das gibt's doch nicht. Ich höre erst mal in den anderen. Das mit dem Bau ist mir ein bisschen zu viel. Was denn? Oh, er ist unsichtbar. Oh, der Hinten wird wirklich gefeitet. Ich bin so nervös. Oh mein Gott. Hilfe. Ach, Fufu. Ach, Fufu. Hallo. Hallo. Es tut mir so leid. Es tut mir leid. Aua. Oh oh. Oh oh. Nein. Das wurde gerade gebaut. Ich seh das. Kato. Es gibt nicht. Nein. Ich will ein OP. Oh, da hinten ist Maxi. Wie viel Damage nimmt die? Oh, die nimmt viel zu viel. Ich weiß, dass du kaum musst. Nein. Oh, er hat auf mich gewartet. Nein. Tim ist auch tot. Ich sag mal so, die anderen zu bekommen, ist gar nicht so schwer. Aber es sind halt die guten Spieler. Wisst ihr? Aha. Aha. Oh. Es gibt es nicht. Ich kriege die halt alle nicht. Shit. 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 Mein Pien. Ah. Hahaha. Gepickt. Der Arme. Ich hab ihn gepickt. Nein. Hahaha. Jetzt wird es spannend, Junge. Wir müssen einfach chillen. So lange einfach die anderen fokussieren, ist alles gut und ich kann überleben. Sprüge mich auch an. Bitte. Bitte sprüge mich auch an. Bitte. Ich bin dein Freund. Komm, komm. Ich geb uns ein bisschen was. Ja. Hier laufen sie. Ich sag's so, wie es ist. Jetzt ist es halt gar nicht mehr so schwer, ne? Aha. Das war dann wohl Kato. Nein. Haha. Nein. Weg sie. No. Ich dachte, ich kann auch weg. Oh. Fuck. Nee, doch nicht. Kato ist hier. Was war denn das jetzt gerade? Chill, Fischl. Nein, meine Mad-Kids. Nein, nein, nein. Kato, komm her. Okay, Maxi ist Profi. Ja, okay. Das ist natürlich uncool. Hahaha. Ist er tot? Nein. Das ist frech gewesen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Junge, ich hab nicht mal die Bausteuerung bei mir belegt, ne? Komm her. Komm her. Ja, hoch fliegt zu mir. Schade. Come on. Nein, Stan. Nein. Ich bin der Letzte. Ich glaub, der Letzte ist nur noch Kato, oder? Scherenhände. Es ist so nervig, ihn zu bekommen, ne? Ich will nicht aufgeben. Nein. Weg sie. Okay, das ist doof, ne? Jetzt ist doof, Kato, ne? Ah. Nein. Ah. Jetzt ist doof, ne? Ich will nicht. Ich will nicht. Ich mach meine Mad-Kids. Ich mach meine Mad-Kids. Nein. Nein. Komm her. Komm her. Witzel. Witzel. Ich glaub, er hat keine Chance mehr. Ich kenn die Käse nicht mehr. Nein. Egal, ich hab als letztes überlebt. Let's go. Oh Mann. Das war's mit dem Video. Lass gerne einen Daumen hoch und ein Abo da. Vergesst nicht so auf Bottle, Kato. Und ich würd sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao.